Herr Mag. Löweil, welche rechtlichen Herausforderungen sehen Sie für Market Access im Niederklassenbereich? Ja, ich sehe hier schon die wirkliche Chance für alle Market Access-Bereich tätigen, dass durch die Sozialversicherungsreform im Bereich der Entscheidungsfindung des Erstattungskodex, in der Aufnahme, in Streitungsverfahren, in sonstigen Verfahren betreffend den Erstattungskodex, hier wird zu einer klaren und vielleicht nachvollziehbaren Entscheidungsfindung kommen. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein für alle in diesem Bereich, vor allem aus der rechtlichen Herausforderung, der, glaube ich, derzeit in diesen Bereichen doch nicht unerhebliche Unzufriedenheit herrscht. Vielen Dank!